Rock FM. 80er, 90er Rock. Für Odenwald, Unterland, Neckartal. Rock FM. Das Zuhause. Für 80er und 90er Rock. Der neue Name für Rock in ganz Baden-Württemberg. Rock FM. Rock FM. 80er, 90er Rock. Für Odenwald, Unterland, Neckartal. Alles neu nach der Mai. Ähm, nicht ganz. Regenbogen 2 bekommt nur einen neuen Namen. Alles andere bleibt so gut, wie es ist. Versprochen. Regenbogen 2 heißt jetzt Rock FM. 80er, 90er Rock. Rock FM. Kachelmannwetter. Tagsüber gibt es eine Mixer aus Sonnen und Wolken. Gegen Abend steigt auch die Gefahr von Schauern und Gewittern. Es ist 1 Uhr. Rock FM. Nachrichten. Rock FM. Regional. Rund um Rhein und Neckar. Bestens informiert. Auf UKW, im Web, der App und auf DAB+. Rock FM. Verkehr. Geblitze bei uns immer zuerst. Den Ludwigshafen wird in der Maudacher Straße, in Frittlingen in der Hauptstraße und in Karzdorf-Neutert in der Kehlstraße geblitzt. Pfeffer und Lange von 6 bis 6 plus bester 80er, 90er Rock. Und ab sofort ein neuer, rockiger Name. Regenbogen 2 heißt jetzt Rock FM. 80er, 90er Rock. Rock FM. Für euch handgemacht. Der beste 80er und 90er Rock. 80er, 90er Rock. Neu für ganz Baden-Württemberg. Rock FM. Regenbogen 2 ist hier. Das war Chris Rea mit Julia. Und es ist gleich... Boah, ich hab echt Regenbogen 2 gesagt, ne? Boah, es gibt wieder 20 Schläge auf den Nackten. Das wird richtig hart geahndet hier. Ich hab richtig Panik, dass der Chef mich morgen auspeitscht. Rock FM. Mehr 80er, 90er Rock. Mehr Musik den ganzen Tag. Pfeffer und Lange hier von 6 bis 6. Und seit gestern ist es ja offiziell. Wir heißen jetzt Rock FM. Oder wie der Hermann aus Mannheim heute Morgen gesagt hat... Da ist mit FM am Telefon. Bis jetzt haben wir es ja ohne Versprecher über die Bühne hinbekommen. Es läuft aber noch nicht alles. Einige fragen zum Beispiel, wann wir eine neue App bekommen. Ja, gestern war ja Feiertag. Darum war auch unser App-Provider nicht am Schaffen und hat sich ausgeruht in der Hängematte. Die haben uns aber versprochen, dass die Regenbogen 2 App ab Montag zur Rock FM App wird. Das passiert ganz automatisch. Da müsst ihr auch gar nichts mehr tun. Die aktuelle App wird einfach umbenannt und bekommt das neue Logo verpasst und so weiter. Und dann hatten heute Morgen auch noch einige das Problem, dass Alexa und Co. immer so einen spanischen Sender eingeschaltet haben, sobald sie Rock FM hören wollten. Ja, das hatten einige Skeptiker ja schon im Vorhinein gepredigt, dass das passieren wird. Alexa ist ja Amazon und bei Jeff Bezos, da malen die Mühlen ein bisschen langsamer. Ja, wir haben da bereits mehrere Brieftauben und sogar Raben hingeschickt. Die müssten da bald eintreffen. Momentan müsst ihr noch nach Regenbogen 2 fragen. Aber auch das sollte bald geändert sein. Das Gleiche gilt übrigens auch für unsere Homepage. Das Gleiche gilt übrigens auch für unsere Homepage.